Willkommen zu Vlog Nummer 3. Eigentlich sollte jetzt hier unsere Ankunft in Thailand, in Bangkok dokumentiert werden, aber leider hat uns unsere GoPro bzw. unsere Speicherkarte einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und hat einige Minuten oder Stunden Filmmaterial gelöscht. Deswegen gibt es von mir eine kleine Einleitung. Also wir sind mit 5 Stunden Verspätung dann final in Bangkok angekommen. Nachdem wir ja noch umgebucht wurden auf den Thai Airways Flug, weil ja unsere Malaysian Airlines Maschine so viel Verspätung hatte, dass wir unseren Anschlussflug nach Bangkok verpasst haben. Ich sage euch eins, die Stimmung war im Keller nach so langer Zeit oder nach so einer langen Anreise. Und ja, wir sind das erste Mal dann auch mit dem Skytrain vom Flughafen in Bangkok in die City gefahren und es war super einfach und super günstig und deswegen startet der neue Vlog ab diesem Zeitpunkt jetzt. Musik So, wir sitzen jetzt hier im Skytrain und Nathadies Stimmung ist im Keller. Wir haben 1,18 Euro pro Person bezahlt und fahren jetzt 40 Minuten bis in die Stadtmitte und von dort aus nehmen wir dann nochmal einen InDrive und landen dann bei unserem letzten Ziel für heute einem sehr schönen Hotel und berichten euch dann nochmal, wie viel wir für was bezahlt haben. Ja. Aber bis dann! Wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, warum hier Zug fahren, in Bangkok hat man teilweise sehr krassen Stau auf dem Weg vom Flughafen in die Stadtmitte. Man kennt's, oder? Man kennt's, oder? Von Bali. Skytrain in Bali, das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Ja, deswegen fahren wir mit dem Skytrain über dem Highway und kam so ohne Stau in der Stadtmitte an und wir sind jetzt auch schon bei der vierten Station angekommen. Also es geht im Wetter relativ fix und wir brauchen es auch schnell, denn so langsam ist die Luft raus und wir wissen auch nicht mehr wirklich, was wir erzählen sollen, weil wir einfach unemüde sind. Wir freuen uns gerade einfach nur noch auf ein schönes Bett. Wir freuen uns gerade einfach nur noch auf ein schönes Bett. So, also wir haben es geschafft. Wir sind raus, wir sind für 1,18 Euro das erste Mal mit der Straßenbahn, mit der Skytrain und wir haben hier jetzt in die City gefahren. Jetzt bestellen wir uns gleich noch unser InDrive. Ich habe schon geschaut, was das kostet. Ungefähr 3,50 Euro und in hoffentlich 15 bis 20 Minuten, je nachdem wann das InDrive dann da ist, sind wir in unserem Hotel. Oder? Ja. Schnäppchenjäger auf einer Mission. So und viele fragen uns auch immer, was ist denn InDrive überhaupt? Weil die App ist einfach nicht so bekannt wie Grab zum Beispiel unter den Backpackern. Aber InDrive ist immer noch so 30 bis 40 Prozent günstiger als Grab meistens. Und die wird auch von den Fahrern sehr oft benutzt. So jetzt haben wir noch einen kleinen Trick. Und zwar kann man natürlich auch normale Taxifahrer einfach nach dem selben Preis wie bei InDrive fragen. Und dann nehmen die einen auch mit und dann muss man nicht auf das InDrive fahren. Also nehmen wir jetzt einfach hier ein Taxi. Einsteigen. Thank you. So jetzt werden wir erstmal zwei Nächte in Bangkok verbringen. Ich muss erst mal gucken was hinter der Tür ist. Haben wir in einem wunderschönen Hotel eingecheckt in den Arvani Plus. Riverside. Wir sind hier direkt am Chao Praia. Genau. Und es ist umsonst und es ist keine Kollaboration. Ja. Und wir haben natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir ein Zimmer auch bekommen mit Riverview. Denn das Zimmer an sich das ist jetzt schön, aber es ist jetzt nicht der Hingucker von dem Ganzen. Wir zeigen euch morgen natürlich auch noch die Aussicht und hier gibt es auch noch einen richtig geilen Skyview. Bar. Bar. Pool. Ja. Chillout Area. Und da nehmen wir euch morgen natürlich mit. Aber jetzt gehen wir duschen und schauen. Wir hoffen euch hat unser erster Vlog gefallen. Es ist ziemlich chaotisch, aber einfach real, so wie es nun mal ist. Ja. Und lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was wir verbessern können. Lasst ein Like da, falls euch die Zeit gefallen hat. Und Subscribe, wenn ihr mehr wollt. Ja, genau. Wir brauchen nicht Subscriber, denn wir sind gerade noch am Anfang. Also haut gerne rein und es wird in Zukunft einiges an Content kommen. Na, tschüss.